Ein Ford C-Max steht hier zum Verkauf. Der blaue Van ist fünftürig, bietet Platz für fünf Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Einparkhilfe, Bluetooth, Start-Stop-Automatik und vieles mehr. Der sparsame Benziner überträgt eine Leistung von 125 PS auf ein Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 19.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis 3 9 ... ... ... Bis zum nächsten Mal.